was gedacht willkommen zum zweiten teil ist hey ich fahre zu dem blog ich hab heute kaum geschlafen weil meine nasa voll gerade eben wie man sehen kann hat meine allergie gekippt davon ist gerade von nasenluten bekommen hat sich herausgestellt wir haben beide die selbe tolle krankheit namens ich krieg gefühlt nasenbluten dreimal pro täglich ja meine augen angeschaut meine nase voll aber scheiße machen die videos videos und dann machen wir ja ne was versuchst du die box leer heute trecks gibt es gibt alles was ich schreib wird der nächste wir haben es gerade zwei folgen der wurde aufgehoben einmal für ihn und für mich das ist unser tolles kamera setup mit meinem mic und seinen kamera ich warte bis er aufhört was macht der spieler und hat gerade mit dem kontroler voll gegen die deck geht dann der ich wollte gerade einfach diese ich habe office fertig und ich wollte office back ich mache so und dann ich habe gerade gesehen dass du dich gegen die decken gekickst hast also irgendwie geht es in kontroler ist wie du hier Der! Oh shit, ne riesen Macken drin, egal. Das? Nein. Gut so. Leute, wir haben gerade lecker Pizza gegessen. Das gemacht ihr, die war insane lecker. Und jetzt haben wir... Neto, es hat einfach Schildkröten. Nein, hab ich nicht. Ne, ich auch gar nicht Schildkröten. Ja, aber was ist das hier? Die von meinem Nachhinein. Hallo? Hallo? Ja, du kleiner Bastard! Gott, sind sie cute. Kleines Schildkröten-Ding da. Du glaubst nicht mehr. Erstmal dran. Wir gehen jetzt nach Hause. Meine Nase, es war wieder... Es ist gut drauf. Das war's. Und, wie fandest du es bei mir? Es war richtig cool, schon sag ich es. Danke. War ich ein guter Gastgeber? Abgesehen, dass ich einen Teller wegräumen musste? Nein, ja. Egal, Junge. Eigentlich wo. Diesmal richtig cool. Okay, danke. Danke sehr. Und jetzt, äh... Ich jetzt nach Hause. Ciao. Da denke ich mir, dass beim ersten Mal Zug fahren nicht schlimm genug ist, dass der Zug nicht kommt, habe ich nur Nasenbluten bekommen und ich habe nichts gerade dabei. Haus in den Taschen, du volle Rotze. Come on, Digga. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, ich habe einfach einen Doppeldecker. Was ist denn ein Doppeldecker, Leute? Ciao, Nidio. Ciao. Ein Doppeldecker. Ein Doppeldecker. Ein Doppeldecker. Ein Doppeldecker. Wir sind endlich zurück. Ohne feste Langstrecken, lohnt es fast auf jeden Fall. Wah, Loh. Ich muss es nicht mehr. Also wirklich. Nicht geil. Bitte. Das war's. Mit dem Blog, dass ich einfach ein Doppeldecker gefahren bin. Richtig geil. Ich hab's euch gefallen. Wenn ja. Schaut das nächste Video an. Wer würdet ihr aufgenommen haben? War richtig geil. Und jetzt. Äh. Jetzt sehen wir noch. Und noch mal einen Tag. Ich kippe euch auf den Blogfest ab. Und ja. Ciao. Los bis, bis va. Los bis, bis hin. هذا. Los bis hin. Jungs bis hin. Pinh. Wir verähren.